Ich spür die Anzüge der Reichen, wenn ihre Lügen entgleisen Die Weichen schien gestellt, doch sie wollten der Schiene nicht weichen Wenn's ums letzte End geht, bei abgedrehtem Strom ist ein Eisenbügel Mehr wird als ein Bügeleisen, sie zählen bunte Scheine in schwarz-weißen Nadelstreifen Jeans Wo Persönlichkeit sich ausdruckt durch das Arschgeweih-Motiv Wo sie Reden abheilen, um nicht vom Reden abzuweilen Wo man den Fernseher anschaltet, nur um abzuschalten Über den neuen Toshiba flackert die Filmindustrie Sie schuf deutschen Gangster Rap-Pro und Phil IMC Alles schön Werbefilm-Rive im Märchenwelt-Style Wenn du das echte Leben willst, schalt um auf RTL 2 Yo, Lieder für Millionen, Brüste aus Silikon, Schuften für nen Billiglohn Wir sind's gewohnt, aus MC's act like that I know, wurde act like a fool Und wenn Lil Wayne heute scheiß, ist das ihr heiliger Stuhl, aber Alles eine Glaubensfrage, dein Gott hat graue Haare Doch welche Augenfarbe, mach dir kein eigenes Bild Hier kannst du alles lesen, das, was einmal die Kirche war Sind heute die Medien, yo Alles ne Glaubensfrage, ist auf, damit aus dir was wird Mach deine Hausaufgaben, mach dir kein eigenes Bild Hier kannst du alles lesen, das, was einmal die Kirche war Sind heute die Medien Aber Break an Jurastudenten und Zuhälter Rap ist skurriler als das deutsche Volk zur Fußball-WM Aber hier kann man's ja machen Rap des gleichen Videos, wo sie Tiere schlachten Mir vergeht das Lachen, Blick in die tiefkühlen Gale Der Liede für Jahre, laut Verpackung Debtet Käpt'n die Glodivale Deutschland ist ein Land, in dem man nicht die trockenen Pommes ist Doch sich anschließen Vollstoff mit Kartoffelchips Alle stirn, wenn sie den Einkauf bis zum Bus enttragen wollen 15 Kilo Eiweißpulver, weil sie Muskeln haben wollen Heizen lang statt Holz haken, Lift-Shot-Treppen steigen Die gesparte Zeit aufs Laufband geht, um nicht fett zu sein Und vor Mainz schlafen, beten sie gern Rednerportal Zu den Angst scheinen, Heiligen bei TV-Total Märchenerzähler, der nächsten Hip-Hop-Tele-Novena Mit dem Segen-Ekel-Rägener Medienvertreter Aber alles seine Glaubensfrage, dein Gott hat graue Haare Doch welche Augenfarbe, mach dir kein eigenes Bild Hier kannst du alles lesen, dass was einmal die Kirche war Sind heute die Medien Alles ne Glaubensfrage, ist auf damit, doch sieh was wird Mach deine Hausaufgaben, mach dir kein eigenes Bild Hier kannst du alles lesen, dass was einmal die Kirche war Sind heute die Medien